Ich kann mich ja hier nirgendwo festhalten, oder? Man kann die auf jeden Fall drehen. Ja, das bringt mir jetzt ja auch nicht so viel, obwohl, kann ich hier hoch... So! Ja! 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 Ich glaube, wir haben Level 2 geschafft! Ja! Ja! Okay, jetzt können wir hoch! Warum hat die hier aufgemacht? Äh... Ich möchte keine Herausforderung machen! Ich will erstmal die Story machen! Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Achso! Gut gemacht! Danke! Möw, wir wollen nicht runter! Wir wollen hoch! Ja! Oh, wir hätten uns unten die Bilder angucken müssen. Oh. Ich will mal kurz die Bilder angucken, die wir gerade freigeschalten haben. Also, wir haben... Achso, der rote Vogel beobachtet ist, glaube ich nur. Ich glaube, der ist nicht schuld. Ein Vogel fällt aus dem Nest, wird gefangen genommen. Dann wird er auf einem Dach befreit, aber dann kommt eine Katze. Die beiden sind jetzt Freunde. Aber die Bösen sind noch da. Okay, es sind halt die beiden Kiddies und diese Männer. Und ich glaube immer noch, dass wir Wollknäule, die beiden Kiddies sind. Spüre das. So. Jetzt ist übrigens hier wieder ein Schloss dazwischen. Kapitel 3 Froschperspektive Indem das Richtige falsch ist und wir uns weigern, das zu akzeptieren. undதstück Und das ist es sehr, sehr schön. Ja, das Wetter ist schon besser hier, Julia. Es wird schöner. Wie komme ich jetzt hier hoch? Aber ich fürchte, die Story wird nicht durchweg positiv sein. Ich glaube auch. Aber sie sieht farblich schon mal freundlicher aus. Ja. Finde ich auch. Warum soll ich denn die Zeitlupe aktivieren? Was bringt mir das denn? Ich komme nicht hoch. Ah, ich kann das nicht schieben. Oh, ich bin auch so ein Depp. So, aber da sagt das Spiel sogar, für diesen Bereich gibt es keine Hinweise. Also, wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du halt richtig doof. Oh, wir müssen schwingen. Dann hält die Zeit an und du siehst, dann stehst du am Ende besser da. Also, ich habe das mit der Zeitlupe noch nicht so ganz verstanden, was das mir bewegen soll. Nein. Wir müssen doch... Musik Musik Das lief ja jetzt eher suboptimal. Ich komme langsam echt so ein bisschen durcheinander mit den ganzen Tasten. Oh, ne, ne, einer muss oben drauf bleiben. Oh, ne, einer muss oben drauf bleiben. Ich glaube, das war es mit der schönen Stimmung. Oh, ne. Ne, nicht so ein Speed-Ding. Oh, ne, nicht so ein Speed-Ding. Oh, ne, nicht so ein Speed-Ding. Oh, ne, nicht so ein Speed-Ding. Hey. Hat ja unseren Punkt kaputt gemacht. Wie kommt man jetzt hier hoch? Wir müssen wieder in diese Punkte. Ah. Wie soll das jetzt gehen? Das geht auch nicht. Oh, ne. Oh, ne. Das geht schon. Oh. 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 machen, aber es ist nicht so einfach, weil ich immer hängen bleibe an der an dem Fass. Ach, okay. Wenn du mit dem Level durch bist, kannst du wahrscheinlich sehen, wie lange du gebraucht hast und wie oft du gestorben bist. Wenn du die Zeitlupe anhast und stirbst, zählt das nicht und die Zeit läuft auch nicht. Die Statistik ist dann am Ende besser. Aber warum will ich alles langsamer spielen? Also, ich muss sagen, ich habe mir die Statistiken ja noch gar nicht angeguckt. Oh, was ist da oben? Oh, hier war ja was Böses. Das habe ich nicht gerafft. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Man verfolgt mich das. Nein, war zu weit. Oh, guck mal da hinten, Elche. Oh, ich glaube, wir werden hinten auch mit schwingen. Oh, ich bin mir an das Ding rangekommen. So. Nein, Böses, geh weg. Ah. Hallo, Vogel. Böse. 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 Aaaaaah! ... Musik ... Nein! Oh, der Stock bleibt draußen. Wir müssen uns gar nicht aufteilen. Hä? Wo bleibt der Stock denn jetzt draußen? Wo bleibt der Stock denn jetzt draußen? Richtig verkackt. Richtig! 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 Okay. Gehen wir hier unten lang. Nein! Oh, come on! Mach jetzt nicht so ein Ori-Ding hier. Nicht cool. Jetzt geht der ja oben hin. Aber wo soll ich denn dann oben hin? Kann ja oben nicht weggehen. Da steh' ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie soll das gehen, Chad? Ah, das war halt richtig verkackt. Jetzt hat er mich unten erwischt. Jetzt habe ich es oben gerettet und unten verkackt. Ich habe es oben gerettet. Jetzt geht es auf den blauen, oder? Nein! Oh Gott, Spiel. Ich war so weit. Oh, jetzt schwingt die wieder nicht richtig. Guck mal, wie unlogisch das ist. Bei ihm bleibt jetzt der Stock draußen. Das möchte ich nicht nochmal machen müssen. Sieh jetzt, Ori-Ding. Ist doch ein wunderschönes Spiel. Mhm. Habe ich ja bei dir gesehen. Wie entspannt Ori war. Äh. Jetzt? Nein. Jetzt habe ich das Ding dort unten zugeschoben. Kommis jetzt hier los. Kommis jetzt hier los. Untertitelung des ZDF, 2020 Huh? Wie soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen? Ja, geht ja hier nicht mal mehr unten auf dieses... Habe ich es kaputt gemacht? Ja, geht ja hier nicht mal. 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 Ich glaube, das sollte nicht so... Ich bin heute da gar nicht mehr rausgekommen. Jetzt ist das Huhn auch da. Gerade eben war das Huhn nicht da. Ja, geht ja hier nicht mal. 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 Ja, geht ja hier nicht mal.